Die Eindrücke sind natürlich erstmal schön. Wir wandern hier ja durch schöne Landschaften, allerdings sehr trocken sind. Ja, wir haben schon braune Bäume, weil es so trocken ist, natürlich auch braune Wiesen. Das ist natürlich eigentlich sehr ungewöhnlich, aber trotzdem merkt man der Landschaft natürlich ihre natürliche Schönheit an. Und es macht einfach Freude, nicht durch die vielfältigen Landschaften, die wir in Baden-Württemberg haben, zu wandern und sie zu genießen. Es gibt da keine Themen, sondern die Bürger sprechen das an, was ihnen sozusagen auf der Seele liegt oder was sie gerade berührt oder was sie persönlich bewegt. Ja, das sind sozusagen ganz persönliche Bürgergespräche. Da geht es jetzt nicht um große Themen, die jetzt, was weiß ich, in der Politik gerade eine Rolle spielen, sondern das, was die Leute ganz persönlich mir erzählen wollen, erzählen sie mir. Das ist da natürlich breit gestreut. Da geht es von der dualen Ausbildung über Windkraft, Mountainbiker. Da fehlt sozusagen wirklich nichts. Ja, geht quer durch den politischen Gemüsegarten. Ja, also alles, was die Menschen einfach bewegt. Ja, jedenfalls nehme ich ihre Anliegen auf und die werden bearbeitet. Beamten befassen sich damit und die Menschen bekommen selbstverständlich eine Rückmeldung von mir. Da sind natürlich auch welche dabei gewesen, die wollen mich nur loben und bei denen bedanke ich mich dann spontan. Ja, also natürlich, sofern sie ernsthafte Wünsche, Anliegen oder Kritik vorbringen, wird dem nachgegangen und sie bekommen eine Antwort.